Also ja, ein paar Truppen könnten wir. So, das Monument erst mal in Besitz nehmen. Dann können wir unseren Hauptcharakter mal hier aufstellen. Ein Stufe 2 straucht die mit seiner Hütte. Das ist allerdings kein Lager, weil man sieht keinen Spawnkreis. Der ist einfach nur hier, um im Weg zu sein. Zusätzlich. So, und dann holen wir uns nochmal fünf Arbeiter für die AFS Eisen. Und ja, da kommen die ersten Goblins. Den Weg entlang. Ja. So, die schicken wir Eisklopfen. Die Holzfällerhütte können wir hier aufstellen. Und hier halt den Steinbruch und hier die Eisenmine. Also ja, ein kleines Stückchen weiter zurück, dass sie uns nicht zu früh entdecken. Goblins können ja trotzdem noch einigermaßen weit ziehen. Zu diensten. Dann los! Zu diensten. Dann los! Was wünscht ihr? Schon auf dem Weg. Ja? Bin unterwegs. Auf geht's! So, auf geht's! Da haben sie uns entdeckt. Wir werden angegriffen! So, da hauen wir mit unserer Keule auf sie drauf. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! So. Der erste Spieltrupp ist down. Zu diensten. Hier bin ich. So, errichten wir unseren Steinbruch. Gebäude wurde errichtet. So, da kommt gleich schon der nächste Goblin. Angelatscht. Zu diensten. Dann los! So, eine Eisenmine. Können wir hier hinbauen. Und ja, ich muss echt gucken, ob ich noch was mit der Zoomstufe anstellen kann. Vielleicht Fenstermodus oder sowas. Die Map geht ja zum Glück noch einigermaßen. Wir müssen unbedingt übrigens hierher, zu dem Seenfelsen. Gebäude wurde errichtet. Das ist ein Hinterhalt! So, der hinten versucht wegzuhumpeln, hat aber keine Chance. So, wir kriegen jetzt noch Eisen. Was wünscht ihr? Können jetzt unser... An die Arbeit! ...Haupthaus errichten. ...Haupthaus errichtet. Gebäude wurde errichtet. Herr der Rune. Als nächstes unsere Schmiede. Ärmel hoch und los. Hier bin ich. Gehen wir es an. Gut, wir wollten erstmal fünf Punkte in Weisheit packen. So, das ist gut. Neue Fähigkeit. Ja, guckt euch das an. Ich bräuchte schon Stärke 31, um Bogen zu erhöhen. Ja, leichte Kriegskunst erstmal. Und da kleine Klingwappen. Gut, dadurch können wir jetzt nicht viel mehr benutzen. Wir haben schlechtere Hosen, die uns auch nichts bringen. Und einen neuen Goblin. Die Linien müssen halten. Am besten noch eine Schmiede errichten. Wird sofort erledigt. Hier drüben eine. Ärmel hoch und los. Und dann können wir anfangen. Truppen ausbilden. Gebäude wurde errichtet. So, und jetzt noch eine Jagdhütte. So, und mit unserer kleinen Truppe können wir dann den Strauchdieb erledigen. Das ist auch übrigens toll, dass der den anderen den Weg versperrt. Auf meinen Befehl. So, setzen wir die alle meist in eine Gruppe. Sofort. Oh, da kommt auch wieder ein Goblin. Mir nach. Verstärkt die Verteidigung. Ja. Zum Angriff. Tarnats Augengläser hat dieser Strauchdieb bei sich gehabt. Also ein Questgegenstand. Hey, die Jäger haben es alle geschafft. Denk ich jedenfalls mal. Auch wenn sie wegen ihm jetzt gerade hier Schlange stehen und nicht abgeben können. Einsatzbereit sichern. Auf mein Zeichen. Und los. So, auf jeden Fall können wir uns schon mal schützen. Uns sind den Strauchdieb losgeworden. Ich glaube, auf mehr als 20 können wir auch gerade nicht erhöhen. Mit dem ein bisschen Nachhub, was wir hier so haben. losgewinnen. Was es das? Anforsieder wird in der Luft birhälfte, was wir den forenommen? Also, es ist ein bisschen wie früher. Also, es ist also ein Gebäude. Wir müssen aber auch alles hin. Das war nicht so. Und dann? Okay Holen wir jetzt nochmal 5 Speere Ja, die Hirsche versuchen sich sogar gegen unsere Jäger zu wehren Da kommen unsere neuen Truppen Und ja, für die nächste brauchen wir 200 Nahrung schon Gebt das Zeichen Gebiet sicher Mir nach Da kommt wieder ein einsamer Gommelspeer Den wir allerdings auch ziemlich leicht besiegen sollten Ja Und los Folgt mir Vorwärts Und ja, da sehen wir schon das Goblin Lager Bereit So, was haben wir hier? Eine Übungskeule, Nebelquart Geschosszauber Und ein Ring Bereit In dieser Höhle eine alte verwendete Höhle, die wohl einmal ein Grab war Ein entferntes Flüstern ist zu hören Vielleicht ist das der Wind Folgt mir Also nichts Besonderes bis jetzt an dieser Höhle Also nichts Besonderes bis jetzt an dieser Höhle Schnell Sofort Mir nach Ja, ist die Frage Ja, ist die Frage, ob unsere Jäger noch die 80 Nahrung zusammenfragen Vorwärts Schnell Sofort Wenn nicht, greifen wir jetzt einfach mal an Sie schlagen zu Feindkontakt Sind auf Feinde gestoßen Auf meinen Befehl Folgt mir So, der Goblin hatte was Auf meinen Befehl Für die Freiheit Bleibt stampfhaft Auf meinen Kommando Für den Orden Ja, die Felsenwerfer, die werden wehtun Sie schlagen zu Auf mein Zeichen Und we spawn Verstärkt die Verteidigung Jawohl Alles klar So, es kommt tatsächlich noch die Nahrung zusammen Die wir bräuchten für Vielleicht jedenfalls Für noch ein Upgrade Ja, da kommt sie Höhlen Orks Erwarte Befehle Also ja, die Gebäude, die hier stehen Sind eigentlich Ork-Gebäude Oh, da ist eine Truhe Wir holen uns nochmal Dass wir die übersehen So Ein paar mehr Nahkämpfer Noch eine Übungskeule, ein Feuerschild Ja, Schäte bringen uns halt Ja, Schäte bringen uns halt Gebt das Zeichen Bin unterwegs Einsatzbereit So, die Gebäude sind weg Und damit der Spawnkreis Erwarte euer Kommando Gebiet sichern Gebt das Zeichen Und ja, der Rekrote ist halt sehr angeschlagen Ich könnte ihn einfach löschen jetzt Und einen neuen Und erholen Ich könnte ihn nicht erholen Ich könnte ihn nicht erholen